Hallo und Grüßeng zum Stimmungsbarometer für den Dezember 2017, letztes Monat in diesem Jahr und ich hoffe ein Monat mit vielen, vielen Videos, weil in dem Monat ist ja auch eine alte Tradition wieder angesagt, nämlich die Weihnachtsspendenaktion Fuse for Water startet wieder offiziell ab morgen und entsprechend versuche ich viele Videos zu machen und deswegen habe ich mich auch entschieden, im Dezember jetzt ein paar Let's Plays zu starten, respektive aufzuwärmen oder fortzusetzen, die eigentlich noch nicht geplant waren, beziehungsweise den Let's Plays, wo das Video aufnehmen, schnell und einfach geht, etwas Vorzug zu geben. Soll nicht heißen, dass es kein Skylines und kein Planet Coaster oder so gibt, aber andere Projekte werden vielleicht etwas mehr vertreten sein wie sonst. Alle weiteren Infos zur Spendenaktion Fuse for Water gibt es in einem gesonderten Video, das wird dann vermutlich morgen kommen, am 1. Dezember, also unbedingt mal reinschauen, wer das noch nicht kennt, immer wieder eine sehr schöne Aktion, wo wir alle ein wenig zusammenlegen und für einen guten Zweck eben Geld spenden. Dann legen wir los, wie schaut es aus in diesem Monat? Cities Skylines in Seeholz, sind wir in der Season 8 unterwegs, macht sehr viel Spaß, gerade in der Verkehrsfolge hinter uns gebracht, nächstes Mal dann eventuell Stadion bauen oder ähnliches, die To-Do-Liste ist sehr, sehr lang und da geht es einfach mal in der Season weiter. Mad Game Style Coon macht weiterhin Pause, immer nichts geplant für den Dezember und Planet Coaster ähnlich wie bei Skylines ab und zu mal eine Folge, wo wir hoffentlich ein weiteres Projekt mal abschließen können. Der Beratenbereich ist mittlerweile eröffnet, ein Teil ist eröffnet und der zweite Teil, der wartet eben noch auf Fertigstellung. Dann sind wir in einer Kampagne unterwegs bei Nexus, der Jupiter-Incident, da war ich recht fleißig letzten Monat. Ich glaube drei Missionen sind noch übrig. Mal schauen, vielleicht bekommen wir das im Dezember fertig und eigentlich, und da sind wir jetzt eben bei der Dezember-Ausnahme, war es ja geplant, dass ich Bounty Train, das ist das Nächste, erst nach Nexus, der Jupiter-Incident, wieder starte. Allerdings, Bounty Train ist ein Spiel, da kann ich schön ein paar Folgen am Stück aufnehmen, schön einen Vorrat aufbauen, was im Moment auch nötig ist, weil ich bin etwas angeschlagen, vielleicht hört man es an der Stimme, von dem her möglichst schnell, möglichst viel in kurzer Zeit schaffen, damit ich mich zwischendrin mal ein wenig erholen kann. Und Bounty Train bietet sich da super an, deswegen startet man das ab sofort, sprich ab morgen kommt da wieder die erste Folge und dann machen wir einfach wieder zehn Folgen, mal schauen, ob wir die Geschichte dann fertig haben. Bin nach wie vor nicht sicher, wie lange das Spiel dauert, aber ich möchte es gern eigentlich durchspielen, die Kampagne möchte ich durchspielen. Dann bei den Missionen CSR4 und RimWorld Stories, beides auf Pause, CSR4 einfach, weil es auf Pause ist, RimWorld Stories, weil ich gerade auf das Update warte, beziehungsweise auf die Updates der ganzen Mods, die ich verwende, warte, fehlt eigentlich nur mehr einer, der auch kommen sollte in den nächsten paar Tagen, weil ich eigentlich auf die 0.18 wechseln wollte, wenn die Mods nicht alle abgedatet werden und nicht läuft mit der 0.18, dann werde ich schauen, dass ich auf die 0.17 wieder zurückgehe. Beideweise habe ich mir die ganzen Mods nicht gesichert, klassischer Anfängerfehler, muss ich mir dann alle zusammensuchen irgendwo und im schlimmsten Fall, ja, müssen die Mädels halt in ein neues Gebäude umziehen, wäre es auch nicht so ein Problem, aber da entscheide ich mich noch. Und wir haben wieder gestartet, Siem Hospital, die allerletzte Mission, das Finale, das möchte ich jetzt auch im Dezember fertig bekommen. Und um das Ganze noch abzurunden, wie gesagt, Dezember ist eine kleine Ausnahme, was jetzt Let's Plays angeht, da gibt es etwas mehr, wie eigentlich geplant, oder der Plan ist, mehr zu machen als wie üblich, so sollte man viel mehr sagen. Deswegen gibt es auch ein Überraschungs-Let's Play, eins, was ich schon lange geplant habe und das mache ich jetzt einfach als Kurz-Let's Play, das heißt, ein paar Folgen, ob es da dann weitergeht, das entscheide ich anhand vom Feedback, anhand von den View-Zahlen, anhand von was auch immer meiner Lust. Weil eigentlich wäre das ja, und da verrate ich jetzt, glaube ich, eh schon, was es ist, ein Gemeinschaftsprojekt. Aber es ist leider nie zustande gekommen, dass ich da die zweite Person passend zu mir einladen konnte, letztlich. Bei den Serien, alles wie üblich, 256 Grad, habe ich leider nicht geschafft, jetzt am letzten Freitag im Monat was zu machen, weil ich war nicht da, musste ein paar Tage kurzfristig nach Innsbruck fahren. Und entsprechend, mal schauen, vielleicht kann ich ein Weihnachtsspecial machen im Gegenzug, da bin ich noch beim Überlegen und Planen. Checkliste, Notizblock, Tellerrand, alles wie üblich, ein paar Notizblock-Kompaktfolgen sind in Arbeit, eventuell die eine oder andere Checkliste, da gibt es immer wieder was. Und Posteingang, man glaubt es kaum, ich habe auch wieder einen aufgenommen und der kommt auch direkt heute. Casual Friday, mal nichts geplant. Und bei den sonstigen Sachen, wo Pause ist, ich schaue mal schnell drüber. Da bleibt auch alles auf Pause. Bis, ah, eine super wichtige Ausnahme natürlich, die haben wir hier, Railroads. Es ist wieder soweit, natürlich gibt es wieder ein Weihnachtsspecial zu Railroads. Okay, dann soll es das gewesen sein. Wie gesagt, ich möchte die Stimme etwas schonen und freue mich schon auf den Dezember. Hoffentlich viel Zeit zum Aufnehmen. Ich werde versuchen, mir das einzuteilen und hoffentlich für euch entsprechend viel zu sehen. Dann, wie gesagt, nicht vergessen, Fuse4Water Weihnachtsspendenaktion Infovideo kommt noch. Und bis dorthin wünsche ich alles liebe was Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschap, viertenk und baba.